Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard101. Jetzt kämpfen wir gegen Minak, meine beiden Begleiter. Ich war kurz AFK, sind mal kurz, sich die Beine vertreten im anderen Häuschen. Ich ging schon mal alleine in den Kampf mit Minak. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Viele Jahre lang wanderten mein Stamm und ich durch die Tundra. Dann kam Rasputin und heuerte uns an, seine Mine zu beaufsichtigen. Er gab uns eine Aufgabe. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dich in der Bastille gesehen. Ich dich auch. Du scheinst mir nicht entschlossen zu sein, all unsere Bemühungen zunichte zu machen. Das werde ich nicht zulassen. Doch, doch. Mach dich platt. Min Handlanger und Min Aufseher Minak. Jetzt wird's hart. Denke ich. Bosskartenspiel. Solange die beiden Boys noch nicht dabei sind. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Goldkarten. Noch genug. Dann werde ich auch jetzt mal gerade natürlich das meiste Amulett des Lebens wieder ausrüsten. Piu. Schon sind meine Lebenspunkte wieder unten. Ich hatte übrigens noch einen anderen Ring bekommen. Den brennenden Arcanum-Reif, ne? Ne. Ne, der war das nicht, der... ...der so gut war. Doch plus 80 kritisch war. Ne, ne. Das andere ist besser, was ich hab. Ne. So, auf geht's. So, dann sind wir mal gespannt, oder? Jetzt konzentriere ich mich gerade erstmal selber auf den Kampf. Bis gleich meine beiden Begleiter dazukommen. Wow. Der verwandelt sich direkt. Ach so. Not nice. Nicht wirklich nice. Ich hab gar nicht gesehen. Bin ich als erstes am Zug? Ne, ne. Das ist doof. Doch, bin ich. Jut, 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 jut. Gut, wir haben schon mal minus 25% drauf. Minus 40. Gut, dann werden wir gleich einen Stabzauber benutzen. Geil, oder? Dann gibt's gleich ein Stabzauberchen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alle weggeklickt, die ich im Deck hatte. Hab aber jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er mir so viele, ähm, Dinger gibt. Und, die meinen Angriff abschwächen. Das ist ja nicht so wirklich nett. So, mal grad ein Schildchen machen. Wer schreibt mir denn da? Ich glaub, die Funtime Angie schreibt mir. Okay. Das muss ich jetzt mal links liegen lassen. Denn hier gilt es, sich zu konzentrieren. Lächerlich. Aber es gibt einen Rundenzauber. Äh, die können nicht zu mir porten. Hahaha. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Ich probier's mal, Leute. Ich probier's mal. Puh. Puh. Das ist wirklich uncool, ehrlich gesagt. Das ist wirklich ziemlich uncool. Da macht sich viele Schilde. Aber kein Schild gegen... Oder doch, nee, Quatsch, das ist von mir meine Falle. Da haben wir das bereits. Sehr schön. Ich hab aber erst eins. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Weil die jetzt nicht dazukommen können. Aber gut. Dann wird's halt vielleicht noch eine Folge. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Gut, dass ich mir das meiste Amulett des Lebens wieder ausgewählt hab. Aber, ähm, ich hab ja auch minus 50% Heilung drauf. Was auch nicht gerade geil ist. 1, 2, 3, 4. Top. Das ist ja mal top. Damit hebt er die minus 50% Heilung auf. Das ist sehr gut. Was hab ich denn da drauf? Ah, nein, nein, nein. Ich hab viel drauf. Ich hab viel drauf. Hab ich keinen Stabzauber mehr. Ich kann es nicht glauben. Dann probieren wir's so. Oh, 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 oh Ich bin grad konzentriert, Leute. Ich bin grad sehr konzentriert. Kritisch auch noch. Warum nicht kritisch geblockt, Kevin? Mensch! Scheißdreck, oder? Der nächste Angriff muss sitzen. Der muss sowas von sitzen. Bitte. Wenn der jetzt nicht gut sitzt, kritisch wäre er zum Beispiel sehr gut, dann hab ich ein Problemchen. Das haut nicht hin. Ich dachte, ich hab durchstechen. Aber ich glaub, das geht nur für Schilde. Oh, fuck. Fuck, Mann. Fuck. Ganz knapp nicht geklappt. Scheiße. Oh, Mist. Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich Problem. Scheiße, oder? Das ist jetzt echt ärgerlich. Tja. Jetzt hab ich die Arischkarte gezogen. Soll ich mir jetzt gleich ein Gehilfen holen? Ich trottel, ich hätte mir doch einfach, äh, grad eine Karte ziehen können. Wir kriegen das schon auch hin. Wir machen einmal eine Falle weg. Wir ziehen uns in unsere Tür. Ich brauche eh einen Schattenpip. Ich glaub, ich hab noch verminderten Heilungseingang durch meine Schattenform. Ja. Aber es ist okay. Ist okay, weil ich brauche die ganzen Pips nicht. Ich brauche einen Schattenpip. Oh, leck mich doch fett. Meine Güte noch. Sehr schön. Schattenpip. Machen kaputt. Machen direkt kaputt. Nicht verpatzt. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, der hat kein Schild mehr drauf. Ich meine aber nicht, ne? Yes. Nee. Ja. Oh, 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 oh. Aber wir haben es noch mit einem Gegner zu tun. Ich muss jetzt Karten neu mischen machen und so weiter. Ja, den kriegen wir gleich kaputt. Da, das war aber haarscharf jetzt, ne? Weil der macht nicht so die wilden Zauber. Der macht gleich hier... Aber ich darf mich nicht so früh freuen. Ich darf mich... Genau, die macht er nämlich immer. Die Tante. Mit seinen ganzen verfluchten Pips. Hm. Aber mehr macht er auch nicht, ne? Ich bin nervös, ich bin nervös. Und ich brauche natürlich nochmal, ähm... Oder ich nehme den Feuerdrachen. Aber noch ein Schattenpip wäre auch nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Superpip. Perfekt. So, wir haben zwei Klingen. Das machen wir weg. Die Elementarklinge machen wir weg. Das können wir nicht gebrauchen. Die geschärfte Klinge brauchen wir nicht. Das nicht. Machen wir eine Feuerfalle. Ne, komm, das brauchen wir auch nicht. Wir machen eben eine Feuerfalle. Dann habe ich zwei Klingen und der hat eine Falle. Und wir haben draußen den Kreis. Ist ja Pille-Palle. Dann geht der auf jeden Fall kaputt. Ich muss halt nur echt auffassen mit meinen Lebenspunkten. Aber der macht nichts Weltbewegendes. Schattenpip erhalten. Ja, dann haben wir den jetzt besiegt. Ja, komm, dann machen wir noch das hier, wenn wir schon dabei sind. Man kann ja nie wissen, was geschieht. Warum ist der Freunde-Chat weg? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Mit Sheha. Minak besiegt. Alleine. Sehr gut. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand dem Minenaufseher Minak entgegenstellt und nicht zu Muß verarbeitet wird. Du hast ja sogar noch mehr auf dem Kasten, als ich dachte. Jetzt haben wir das Amulett des Aufsehers. Wir müssen es nur noch zurück in die Mine bringen und damit die Minenarbeiter befreien. Ach, und wir dürfen Lambert nicht vergessen. Jetzt habe ich mich erschreckt, Leute. Guck mal, wer hier kommt. Ah, der Minenaufseher Minak greift mich an. Au, 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 au. Was machst du denn hier? Du hast mich erschreckt. Er hat keinen Bock. Ist ja gut. Wisst ihr noch, der war mal so klein. So. Huh. Geschafft. Befreie Bergarbeiter. Ort Eisiger Schlund. Das war's. Katze, du irritierst mich. Eine freie Bergarbeiter. Ort Eisiger Schlund. Ja, wo denn? Oh je. Das war einfach nur jämmerlich. Vielen Dank, Sauberer. Eins. Ich war erschöpft. Konnte aber einfach nicht aufhören. Du hast mir das Leben gerettet. Ich war erschöpft. Konnte aber einfach nicht aufhören. Ich war erschöpft. Konnte aber einfach nicht aufhören. Du hast mir das Leben gerettet. Dich auch. Ich war erschöpft. Konnte aber einfach nicht aufhören. Jetzt sprechen wir mit Lambert. Du hast mir das Leben gerettet. Oha. Das fühlt sich schon viel besser an. Ich habe so den Schnabel voll vom Schürfen. Hoffentlich muss ich nie wieder einen Edelstein sehen. Bedeutet das, dass ich frei bin? Ja, mein Freund. Du bist frei. Die Stadt wurde ebenfalls befreit. Du solltest nach oben gehen und meinen Vater aufsuchen. Ich danke dir, Cesar. Und dir auch, Fremder. Ihr solltet aber noch wissen, dass während dieser Schicht ein riesiger Borealis-Edelstein geschürft wurde. Die anderen Minenarbeiter nennen ihn den Borealis Majoris. Ich glaube, dass es Rasputin die ganze Zeit auf diesen Edelstein abgesehen hat. Er ist in diesem Moment auf dem Weg zum Borealis Majoris. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was er damit vorhat. Haltet ihn bitte auf, falls es euch irgendwie möglich ist. Borealis Majoris? Hm. Darum hat er also Ivans Stärke gebraucht. Keine Sorge, Lambert. Ich habe gesehen, über welche Magie dieser Sauberer verfügt. Wir werden Rasputin aufhalten. So, stoppe Rasputin im eisigen Schlund. Arcanum World Data wird geladen. Arcanum World Data wird geladen. Schon mal in Vorbereitung. Cool. Oh Mann, es ist schon so spät. Jetzt würde ich gerne weiterspielen. Ich mache mal gerade ein Ding ins hier. Eine Silbertruhe. So, Brittel-Schloss-Rätsel. Ob ich es noch kann? Ich habe ja beim letzten Mal so schön verkackt. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das beim letzten Mal verkackt habe. Oder Leute? Gewonnen. Valencia-Kampflied. Kajos. Ja, klar. Ja, habe ich tatsächlich nicht gehabt. Anleger der eisigen Mine. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und dann bin ich gespannt, wie es hier weiter geht. Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.